Dr. Med. Kurthiel Kurthiel wurde als Sohn eines Buchbinders in Stuttgart geboren. Mit fünf Jahren verletzte ihn ein fahrendes Auto auf dem Bürgersteig, so dass er kaum mit dem Leben davon kam und an den Folgen des schweren Schädelbruchs das ganze Leben lang litt, er hatte fast immer Kopfschmerzen. Der Hausarzt und Freund der Familie, Eberhard Schickler, empfahl den Eltern dringend, das zarte Kind auf die Waldorfschule zu schicken. Dort wurde er von Eugen Kolesko behandelt. Er blieb zwölf Jahre auf dieser Schule, bis sie 1938 geschlossen wurde und er auf der Zeppelin-Oberschule das Abitur bestand. Er wollte schon als kleines Kind Arzt werden und beschäftigte sich bereits als Schüler mit Anatomie, Heilpflanzen und Krankheiten. Als er zu Schulzeiten zur Erholung in Oberstdorf bei Dora zu Putlitz war, lernte er deren Tochter Marianne kennen, die er dann später heiratete. Nach der Schule ging er zum Arbeitsdienst und anschließend zum Militär. Er war bis Kriegsende Soldat und studierte in der Studentenkompanie Medizin. Nach dem Krieg absolvierte er zunächst ein Jahr Assistenzheit bei Eberhard Schickler und eröffnete anschließend 1946 eine eigene Praxis in Stuttgart. Diese Praxis führte er zusammen mit seiner Frau Marianne, die ebenfalls Medizin studiert hatte, jedoch nach dem Krieg das Studium nicht abschließen konnte. Sie hatten drei Töchter, Sophia Feldkamp, Diplom-Architektin Christa Schöneborn, Waldorf-Lehrerin an der Kräherwaldschule und Elisabeth Steiner, die Landwirtschaft studiert hat und ein eigenes Gestüt führt. Er behandelte in seiner Praxis als anthroposophischer Arzt Patienten aus unterschiedlichsten Schichten, von dem einfachen Handwerker auf der Alb bis zu vielen Menschen in Führungspositionen aus Wirtschaft, Industrie, Universitäten und Kunst. Ein guter Freund war beispielsweise der Dirigent Sergio Celiby Dache. Als ihm 1984 die Arbeit in Stuttgart zu viel wurde, zog er in sein Haus in Oberstdorf, wo er nur noch zweimal die Woche Sprechstunden für Patienten anbot, die bereit waren, den Weg dorthin auf sich zu nehmen. In seiner Urlaubszeit unternahm er viele Fernreisen rund um das Mittelmeer bis in den Iran. Die letzten Jahre spezialisierte er sich zunehmend auf Ägypten, hielt Lichtbildervorträge und malte Bilder aus den Gräbern nach Dias, die seine Frau gemacht hatte. Diese Bilder wurden begleitet von Vorträgen im Fichtehaus in Tübingen, sie wurden in Lohenland und Herdecke ausgestellt. In Stuttgart hatte er den sogenannten Donnerstagskreis, wo er laufend Vorträge über die verschiedensten Themen wie Geschichte, Dichter, Rudolf Steiner, Reinkarnation, Altes und Neues Testament und so weiter hielt. An den Wintersamstagen hielt er Lichtbildervorträge über seine Reisen. In Oberstdorf fanden regelmäßig Wochenenden der Christengemeinschaft statt, bei denen jeweils eine Menschenweihehandlung und von ihm zwei Vorträge stattfanden. Am 1. Dezember 1988 starb er plötzlich und unerwartet nachts an einem Herzinfarkt. Marianne Diehl aus dem Nachlass und dem unserer Mutter Marianne konnten wir, Sophia, Christa, Elisabeth, schon einiges an Daten zusammentragen. Hier nun werden alle gebeten, Fakten zur Biografie, Tätigkeit als Arzt, seine wissenschaftliche Arbeit als Ägyptologe, berühmte Patientin, Heilerfolge, zu dieser Würdigung beizusteuern. Das Letztes Domizil Der Medizinschrank hat das Leben begleitet Heilerfolge-Erinnerungen Freund und Patient Karl Schurich Dr. Diehl war nicht nur, anthroposophischer, Arzt, sondern besonders bekannt durch seine Heilerfolge bei Problemen, die andere Ärzte nicht lösen konnten, unter anderem kam der Dirigent Karl Schurich nach langem weltweitem Suchen, unter anderem Mayo Clinic, mit Kalkkaplagerungen im Schulterbereich. Ein Dirigieren war nicht mehr möglich. Die Arme konnte er nicht mehr heben. Zu Dr. Diehl Ich war zu der Zeit Gast im Hause Diehl, circa 1958, und fuhr Schurich abends ins Hotel, wobei er mir davon erzählte, und am Schluss der Behandlung glücklich die Arme hob mit den Worten »Es geht wieder«, danach leitete er unter anderem lange Jahre das Orchester des SWR. Ebenso der Dirigent Sergio Celebi-Dache, den ich auch persönlich kennenlernte im Hausediel und bei Schauförersdiensten. Er erschien in Stuttgart mit Frau Joanna und Laura Leonadi. Es war mir ein großes Vergnügen, die Damen beim Einkaufen zu begleiten, offensichtlich ein Novum, denn sie genossen es sichtlich, dass ein Mann, ich war stolze 18, sie begleitete, geduldig wartete, mehrere Stunden, ein Urteil zu den Modefetzen abgab, auch zu den Schuhen eine definitive Meinung hatte. Celebi-Dache, der die so bewunderten italienischen Slippe trug, und auch sonst mit bestem Anzugstoff und wilder Mähne mein nie erreichtes Ideal erfüllte, fand offensichtlich bei den Gesprächen beim abendlichen Schauförersdienst gefallen an meinem Gequatsche. Oder war froh, dass sich jemand um seine zwei Damen kümmerte, wie auch immer. Er lud mich zu seinem Sommerworkshop für Dirigenten nach Siena ein. Diese Zeit vermisse ich bei Wikipedia, muss mal nachforschen. In Siena erwartete mich an der angegebenen Adresse einer italienischen Mama, zeigte mir ein süsses Chambresé-Paare, in Angrenzung eines Palazosaales mit Renaissance-Ölbildern, deren Rahmen aus fest mit der Wand vereinigten Sturkornamenten bestand. Dieser Luxus war mir neu, aber ich begriff die Größe, das Bild, egal was es gekostet hat, bleibt hier. Abends war das Konzert, danach fuhren wir in die westlichen Berge Sienas, wo eine kleine Trattoria das köstlichste Steak der in den Weinbergen gezüchteten Bullen servierte. Nur die Japaner, Siamondokane, mit ihren biergefütterten, täglich massierten Ochsen könnten das übertreffen. Mein Abschied am nächsten Morgen wurde mit 300 Mark versüßt. Einem Studenten in Italien bedeutete das ein Vermögen. Danke noch mal Sergio. So hatte ich genug Benzinheld, um mit meiner Freundin auch Pestum zu erreichen. Christoph Silex Sergio Cele-Bidachi, Marianne Diehl, Karl Silex Oma, Auguste, Diehl Marianne Diehl, Sergio Cele-Bidache Freund und Patient der Dirigent Sergio Cele-Bidache Mit 25 hatte ich so starke Rückenprobleme, dass ich dachte mein weiteres Leben wäre nur mit Stützkorsett möglich. Dr. Diehl verschrieb mir Wille Dadeh-Spritzen für ein Jahr. Danach konnte ich mich wieder frei bewegen. Jahre später sagte ein untersuchender Arzt zu mir. Herr Silex, das habe ich noch nie gesehen, Sie haben einen verhaltenen Scheuermann. Christoph Silex Erinnerungen an Dr. Diehl-Aussagen, Handlungen, Anekdoten bitte erinnern, alles zählt, fragt auch andere, die ihr kennt. Dr. Hans Vierling was für eine große Überraschung und Freude, als ich zufälligerweise im Internet rumgoogelnd auf die Homepage von Dr. Kurt Stil stieß. Da hat sich doch tatsächlich jemand die Mühe gemacht, diesem außergewöhnlichen Menschen und Arzt noch ein ehrendes Denkmal zu setzen. Als Patient über nahezu 25 Jahre und schließlich auch Kollege möchte ich Ihnen meinen wärmsten Dank aussprechen. Es scheint leider für unsere Gesellschaft typisch zu sein, wirklich bedeutende Persönlichkeiten, zumal wenn sie unprätentiös und bescheiden sind, großzügig zu übersehen. Dagegen werden Leute, die Flügel schlagend durch die Gegend rennen und Lauteits verkünden, sie hätten einen Furz gelassen auf hohe, fragwürdige Podeste gestellt. Bedauerlicherweise ein Phänomen, das gerade auch in der Medizin nur zu bekannt ist. Mit Verlaub, etwas Polemik muss sein. Die in ihrer Gesinnung reinen Anthroposophen mögen mir das nachsehen. Aus ihrer Einleitung entnehme ich, dass Frau Marianne Diel zwischenzeitlich ihrem Menach gefolgt ist. Ich glaube, dass die Arbeit Kurt Diels ohne die Mitwirkung seiner Frau in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen wäre. Sie, die die oft undankbare, oder doch zu höchst dankbare, Aufgabe hatte, mittleren zu sein zwischen den sicher oft uferlosen Forderungen der Patienten und den physischen und psychischen Kräften von Kurt Diel. Ich nehme mich da gar nicht aus Punkt, dass sie da gelegentlich mit eindeutigem Nachdruck intervenieren musste, erklärt sich aus der Sorge um ihren Mann. Davon abgesehen hat sie ihm einfach auch eine Menge Arbeit abgenommen. Es ist mir nicht möglich, nur kurz auf Kurt Diel einzugehen, weil sein Einfluss auf mein Denken und letztlich mein ganzes, auch berufliches Leben von nachhaltiger Bedeutung ist. Punkt. Etwas poetiert ausgedrückt war Kurt Diel für mich Siegen und gewissermaßen auch Fluch. Fluch deshalb, weil die Ansprüche, die ich an die Kollegenschaft und auch an mich selbst hatte, bei so einer hohen Vorgabe nur äußerst unbefriedigend umgesetzt werden konnten und bei mir oft das Gefühl der Unzulänglichkeit hinterließen. Daher wundert es mich auch nicht, dass keine der Töchter Diels dem Vater nachgefolgt ist, jedenfalls was die Berufswahl anbelangte. Punkt. Wenn Sie mir diese persönliche Bemerkung gestatten. Ich darf mir zugutehalten, schon als Jugendlicher erkannt zu haben, an was für eine Ausnahmegestalt ich das große Glück hatte zu geraten, er würde jetzt möglicherweise sagen, spinett. Und obwohl es mir nicht möglich war, diese Qualitäten zu entwickeln, habe ich unter anderem die scheinbar banale oder selbstverständliche Erkenntnis mitgenommen, wie wichtig der Respekt vor anderen Patienten, Menschen, ist und wie sehr man auf deren Würde zu achten hat. Selbst wenn ihm meine Anhänglichkeit gelegentlich auf die Nerven gegangen sein mag, gezeigt hat er es mir nicht von den unzähligen Erlebnissen, die ich als Patient mit Dr.Diel hatte, sie würden ein ganzes Buch füllen, möchte ich exemplarisch ein paar wenige erzählen. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, wie ich als jugendlicher Internatschüler das erste Mal mit meinen Eltern in seine Sprechstunde kam. Ich war wochenlang von dem Hausarzt des Internats wegen einer schmerzhaften, unangenehmen Augenschwellung erfolglos behandelt worden. Seine Diagnose war Gerstein-Kornpunkt. Nachdem ich während der Ferien nach Hause gekommen war und die Schwellung am Auge weiter bestand, entschied mein Vater, mich mit zu Dr.Diel in die Sprechstunde zu nehmen. Zuerst wollte ich nicht, der würde mir auch nicht helfen können, dann ging ich aber doch mit. Dr.Diel schaute kurz auf mein Auge und sagte zu meiner Verblüffung, dass die Schwellung nichts mit einem Gerstein-Korn zu tun hätte, sondern dass es sich um ein quinkisches Ödem, siehe Lexikon oder Internet, handeln würde. Er verschrieb mir Tropfen und nach zwei oder drei Tagen war die bestehende Plage behoben. Seine diagnostischen Fähigkeiten haben ihren Ursprung wahrscheinlich schon in der Kindheit. So erzählte er mir von Waldspaziergängen mit seinem Großvater, der genau darauf achtete, dass der kleine Kurt auch die weiter entfernt gelegenen Sehenswürdigkeiten genau beobachtete und registrierte. Ich glaube, dass Kurzil ein Grad des Bewusstseins erlangt hatte, der fast als hellsichtig bezeichnet werden muss und manchmal fast unheimlich war. So saß ich an einem heißen Tag in seiner Sprechstunde. Er saß an seinem Schreibtisch, schaute vor sich hin und überlegte etwas. Ich saß seitlich neben ihm und er hätte, wenn er mich hätte ansehen wollen, den Kopf drehen müssen, was er aber nicht tat. So starrte ich vor mich hin und dachte daran, ihn auch wegen meines Vaters etwas zu fragen. Plötzlich beantwortete er mir die Frage, die ich ihm eigentlich erst stellen wollte und zwar ohne den Kopf zu drehen. Im ersten Moment war ich beinahe schockiert und bekam sogar Gänsehaut. Nachdem ich mich gefangen hatte, fragte ich ihn, wie er das gemacht habe. Seine Antwort, du machst nur die Leute richtig angucke, nur weißt, was sie denken. Dass er mich gar nicht angeschaut hatte, überging er geflissentlich. Dieses Verhalten war typisch für ihn. In der heutigen Umgangssprache würde man dafür vielleicht sagen, den Ball flach halten. Auch hatte er die Eigenschaft, bestimmte Dinge in seiner schwäbisch-trockenen Art unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen. So erinnere ich einen Sprechstundenbesuch, bei dem vor mir ein Frauenpaar zur Konsultation bei ihm war. Es waren Mutter und Tochter, beide äußerst attraktiv, sehr gepflegt, totschick gekleidet. Im Sprechzimmer schwebte der starke Geruch eines schweren, teuren Parfas. Ich sagte zu ihm, nicht ohne einen gewissen Schalk, dass meine Vorgängerinnen aber ein gutes und teures Parfas für den Besuch bei ihm aufgetragen hätten und wie gut das riechen würde. Seine Antwort, die Hens wahrscheinlich nötig? Die haben es. Es gäbe sicher noch viele solcher Episoden zu berichten. Auch solche, die mir andere Patienten im Wartezimmer erzählten, die vor 15 Jahren wegen eines Krebsleidens von der Schulmedizin aufgegeben worden wären, mit der feinfühligen Randbemerkung, sie hätten wahrscheinlich noch vier bis fünf Monate zu leben. Oder von Taxifahrern, die von Patienten berichteten, die man in die Praxis habe tragen müssen. Nach ein paar Monaten seien die gleichen Patienten völlig selbstständig ins Wartezimmer gelaufen. Über Kurt Diels Kompetenz als Ägyptologe ist ja in der Homepage schon berichtet worden, dazu nur so viel. Ich erinnere mich gerne an die Ägyptenausstellung im Fichtehaus in Tübingen. Es war schon gegen Ende seines Lebens. Zwei Episoden? Er ging mit uns, vier oder fünf Leute, die sich nicht kannten, durch seine Ausstellung. Man war erschlagen durch die enorme, filigrane Mammutfleißarbeit, die da geleistet worden war. Auf meine provozierende Frage wie viel Bayern er in Oberstdorf erschlagen habe, bis diese ganze bis ins kleinste Detail durchgeführte Fleißarbeit bewerkstelligt gewesen wäre, antwortete er kurz und trocken und sicherlich mit einer gewissen Nachsicht keinen. Ein anderer Mietinteressent aus unserer Gruppe war weniger despektierlich. Die notwendige Ernsthaftigkeit stand ihm im Gesicht und mit durchaus einer gewissen vornehmen Sachkompetenz des Fachmannes notierte er fleißig in einem Buch Notizen aus dem Vortrag Diels. Nach einer gewissen Zeit drehte sich Kurt Diels zu besagten, von der Wichtigkeit seiner Notizen beseelten Schreibers um und betrachtete das Aufgeschriebene. Plötzlich, mit hörbaren Unmut meinte er zum Schreiber. Mensch Kerle, das isch doch grote falsch was da du geschrieben hasch. Jetzt machsch mal die E-Buchze und pasch lieber besser auf. Der Vortrag im vollbesetzten Seil des Fichtehauses war auch ein Erlebnis besonderer Güte. Der Bildungsgrad der Zuhörerschaft war sicherlich ziemlich unterschiedlich. Neben vielen Akademikern bestand die Gästenschaft auch aus zahlreichen Patienten, deren historische Kenntnisse wahrscheinlich einigermaßen verschieden waren. Es war wieder mal ein Beispiel für die integrative und philanthrope Kompetenz Kurt Diels. Er schaffte es nämlich, den Vortrag so zu gestalten, saß er allgemein verständlich wahr ohne dass das Niveau darunter litt. Dies wiederum schien die Zuhörerschaft in der ersten Reihe zu provozieren. Sie bestand nämlich im Wesentlichen aus Honoratioren der Universität Tübingen, selbstverständlich alles profunde und ausgewiesene Kenner der Ägyptologie. Sie versuchten Diel durch Fangfragen in die fachliche Enge zu treiben. Dann beriefen sie sich auch noch auf einen der weltbekanntesten Ägyptologen aus Basel. Nachdem Kurt Diel den Herren Professoren klargemacht hatte, dass er mit dieser Kapazität befreundet wäre und das und warum sie diesen falsch interpretiert hätten, trat schlagartig Stiller in der professoralen Einpunktreihe ein. Als er dann noch durch wörtliche Übersetzung der ägyptischen Schriftzeichen die professoralen Fangfragen ad absurdum führte, war trotz der Stille die Irritation fast hörbar. Es war ein im höchsten Maße eindrücklicher Abend mit wunderbar komischen Komponenten. Ich habe seither kaum einen anderen Arzt, Menschen, mehr kennengelernt, der mit einer so großen hilfsbereiten Zuneigung zu seinem Mitmenschen, beinahe beängstigendem Wissen, einer unglaublichen Disziplin, einem eisernen Willen und einer derartigen Intuition seinen Beruf ausgeübt hätte wie Kurt Diel. Ein Kollege und Freund aus Studententagen, selbst Facharzt, der seinen eigenen Vater zur Behandlung zu Dr. Kurt Diel schickte und zu dem ich wegen eines amtsärztlichen Arztes musste, sagte, als ich ihn ungefähr 30 Jahre später auf einem anthroposophischen Ärztekongress wieder traf und wir uns über Kurt Diel unterhielten, ja, ja der Kurtle, der war halt a Naturbegabung. Tja, wo er recht hat, hat er recht. Mit herzlichen Grüßen 9. Juli 2011 Hans Vierling Liebe Christa, ich hoffe dir über diese Mailadresse meine Freude über die Webseite, die deinem Vater gewidmet ist, mitzuteilen. Ich entdeckte sie erst heute. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit medizinischer Anthropologie. Dein Vater ist mir stets Anregung und Vorbild gewesen, sowie deine Einführung in die Anthroposophie. Als ich deine Eltern vor vielen Jahren in Stuttgart besuchte, habe ich den Praxisalltag erlebt. Dein Vater musste in den Pausen das Gespräch mit dem vorherigen Patienten nachbereiten und Kräfte für den Dialog und Begegnung mit dem nächsten Patienten sammeln. Ich habe keinen anderen Arzt getroffen, der, auch nach Jahrzehnten der Praxis, so wenig der Routine unterlag und immer offen für die Mitteilungen seiner Patienten war. Gibt es irgendwelche Schriften deines Vater, in denen er sich zur Medizin äußert, die mir im Nachdenken über die ärztliche Tätigkeit helfen könnten? Ich habe die Diagnose von meinem ausbildenden Arzt im Armee-Lazarett gelernt. Er sagte zu mir, setz dich hinten in das Sprechzimmer, lass den Patienten lange auf dich zu gehen. Allein an der Art des Gems und der Körpersprache erkennst du die Krankheit. Dann noch kurz in die Augen geblickt, und das sind die Grundlagen einer guten und schnellen Diagnose. Als einziges weiteres Hilfsmittel verwendete Dr. Diele eine Uhrenzentrifugierung. Christoph Silex Das dienen, eine Voraussetzung für soziales Zusammenleben, hat er ganz einfach gezeigt. Egal ob ich wollte oder es mir beinlich war, er hielt mir, dem 20 Jahre jüngeren Oberschüler, die Türen auf. Christoph Silex 1958 verbrachte ich drei Sommermonate im Hause Diele. Nach der täglichen Arbeit als Werkstudent bei Daimler, fuhr ich mit Kurtil abends lange Stunden auf Hausbesuche. Hier sprachen wir über vieles, eigentlich waren es oft meine Fragen, die er beantwortete. Der so erfrischend gesunde Menschenverstand in diesen Worten hat mein ganzes späteres Leben geprägt. So erzählte er auch oft von seinen Kriegserlebnissen. Nasse Gräben in der Po-Ebene, die schrecklichen Lazarette, die Verwundungen, wie sie etwa Hemingway schilderte, dämme Fallen aus dem Kameraden. Und so sprach er auch von der Gelegenheit, die sich ihm bot, sich in die Abfolge der Transporte behinderter Kinder zur Euthanasie-Lösung irgendwie einzumischen, mit dem Resultat, dass viele Kinder nicht in der bestimmten Euthanasie-Klinik landeten, sondern in harmlose Orte umgeleitet wurden. 4. Juli 2010 Christoph Silex Mein Vater hat sich oft darüber beklagt, dass seine Beurteilungen zur Kriegsdienstauglichkeit missverstanden wurden. Er schrieb so viele wie möglich Doppelpunkt untauglich, um diese jungen Menschen vor dem Verheizen in einem aussichtslosen Krieg zu bewahren. Die Mütter aber beschwerten sich, was soll das? Mein Sohn ist beste Qualität untauglich. 4. Juli 2010 Christa Schöneborn Hallo Christoph, da habt ihr euch ja was vorgenommen. Macht aber sicher Spaß. Wegen der Ägypten-Dias, es waren ca. 20.000 und sie gingen an eine Uni mit Ägypten-Lehrstuhl, aber an welche weiß ich auch nicht. Unsere Eltern hatten ja viele Freunde in Ägypten und waren in jedem bis 1988 zugänglichen Grab etc. Vor allem durften sie dort auch fotografieren, was ja sonst meist verboten war. Über Heilerfolge kann ich gelegentlich auch Erdliches beisteuern, muss aber heute viel arbeiten. Wird aber ja auch nicht zu eilig sein. Liebe Grüße Sophia, guten Tag. Ich bin dabei Fakten über Leben und Tätigkeit von Dr. Kurt Diel zu sammeln. www.http-doppelpunkt-schrägstrich-schrägstrich-kurzil.demdo.com-seine-Frau Inzwischen verstorben, schreibt in seinem Lebenslauf bei ihnen publiziert. In seiner Urlaubszeit unternahm er viele Fernreisen rund um das Mittelmeer bis in den Iran. Die letzten Jahre spezialisierte er sich zunehmend auf Ägypten, hielt Lichtbildervorträge und malte Bilder aus den Gräbern nach Dias, die seine Frau gemacht hatte. Diese Bilderbeispiele, siehe Anhang, wurden begleitet von Vorträgen im Fichtehaus in Tübingen, sie wurden in Lohenland und Herdecke ausgestellt. In dieser letzten Zeit hat er ca. 500 Bilder 50x70 mit Wasserfarben gemalt, ägyptische Zeichnungen. Wir sind der Meinung, dass diese Arbeit einem Einweihungsprozess diente. Das würde auch erklären, warum er zu seiner Frau sagte, du musst zu meinem 70. Geburtstag niemanden einladen, den erlebe ich nicht. Wir suchen nun nach einem Wissenschaftler-Studentin, der das Werk aufnehmen könnte und auch auf den Einweihungsweg einginge. Oder auch nach einer Institution Museum-Uni, die das Oeuvre übernimmt und publiziert. Schon allein die akribische Form und Farbgestaltung würden das Werk für viele Ägyptologen wertvoll machen. Danke im Voraus. Herzliche Grüße Christa Schöneborn geboren Wir haben in der Forschungsstelle Kulturimpuls leider nicht die Kapazitäten und Kenntnisse dazu und können höchstens mit Informationen zu den dokumentierten Personen, behilflich sein. Mit freundlichen Grüßen, Robin Schmidt, Größe als Guten Tag, Größe als Ich bin dabei Fakten über Leben und Tätigkeit von Dr. Kurt Diehl zu Größe als Sammeln. Seine Urlaubszeit unternahm er viele Fernreisen rund um das Mittelmeer bis in den Iran. Die letzten Jahre spezialisierte er sich zunehmend auf Ägypten, hielt Lichtbildervorträge und malte Bilder aus den Gräbern nach Dias, die seine Frau gemacht hatte. Diese Bilderbeispiele, siehe Anhang, wurden begleitet von Vorträgen im Fichtehaus in Tübingen, sie wurden in Loheland und Herdecke ausgestellt. Uwe Werner, uwe.werner.götianum.ch an mich Sehr geehrte Frau Schöneborn, sehr geehrter Herr Silex, vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider haben wir nicht die räumlich und personelle Möglichkeit, das interessante Oivre von Dr. Diehl zu übernehmen, beziehungsweise zu bearbeiten und zu publizieren. Auch können wir Ihnen gegenwärtig keinen Wissenschaftler oder Studenten nennen, der eine solche Aufgabe übernehmen könnte. Hoffentlich finden Sie jemanden, damit dieses Werk nicht einfach schläft. Mit freundlichen Gruß Uwe Werner. Guten Tag, ich bin da bei Fakten über Leben und Tätigkeit von Dr. Kurt Diehl zu sammeln. http. //kurziel.demdo.com //seine Frau Inzwischen verstorben. Schreibt in seinem Lebenslauf. In seiner Urlaubszeit unternahm er viele Fernreisen rund um das Mittelmeer bis in den Iran. Die letzten Jahre spezialisierte er sich zunehmend auf Ägypten, hielt Lichtbildervorträge und malte Bilder aus den Gräbern nach Dias, die seine Frau gemacht hatte. Diese Bilder wurden begleitet von Vorträgen im Fichtehaus in Tübingen, sie wurden in Lohenland und Herdecke ausgestellt. Lieber Herr Silex, unser digitales Archiv ist erst im Aufbau und bisher wurden Unterlagen zur genannten Ausstellung nicht erfasst. Ich werde jedoch in den Originalen nachsuchen, ob sich hierzu etwas findet und ältere, frühere, Mitarbeiterinnen befragen. Dies wird jedoch nicht sofort möglich sein. Ich melde mich umgehend, sobald ich mehr weiß. Herzliche Grüße Ich erinnere dunkel, dass Kurzil mir früher erzählte, dass er im Krieg die Gelegenheit hatte, in einem Heim für behinderte Kinder diese rettete. Er wusste wann die SS kam, und hat die Kinder vorher als geheilt entlassen und zu den Eltern geschickt. Christoph Silex Ägyptologie Dr. Diehl hat immer wieder viele Wochen in Ägypten verbracht. Tempel, Pyramiden, Museen, Gräber und so weiter besucht, die Zeichungen und Bilder vermessen, Farben notiert, während seine Frau Marianne fotografierte. Daraus entstand ein großes Oeuvre an Dias, welches bei den vielen Vorträgen Verwendung fand. Die letzten Lebensjahre hat Dr. Diehl dann in mühseliger Kleinarbeit damit verbracht, eine Art Ikonografie der ägyptischen Symbole, Archetypen und mythischen Götter zu erstellen. Stuttgart Die Praxis in Stuttgart Gelkopf 27a Das Haus ca. 1934 gebaut Gelkopf Volkshochschulheim Gelkopf Prospektora zu Putlitz Anfang der 1930er Jahre hat Frau zu Putlitz einen Weinberg im Gelkopf Stuttgart-Nord gekauft und dort ein Volkshochschulheim gebaut. Das Heim bestand einige Jahre. Seite 1 Seite 2 Seite 3 Oberstdorf der zweite Lebensabschnitt im Allgäu hier fand Dr. Diehl mit Gemahlin Marianne die Ruhe um sich ganz seinen ägyptischen Studien zu widmen. Als ich kürzlich in Oberstdorf die vielen Farbzeichnungen von Dr. Diehl zum ersten Mal sah, war ich überwältigt. Ich würde gerne dazu beitragen, das Oeuvre zu bearbeiten, schrägstrich zugänglich zu machen. Als ersten Schritt habe ich diese kleine Sammelwebsite eingerichtet. Der zweite soll mindestens ein kurzer Abriss in Wikipedia werden, wozu die gesammelten Daten der Website nützlich sind. Endziel könnte eine Aufnahme dieser Arbeiten in ein Fachmuseum sein, wo auch wissenschaftlich damit gearbeitet wird. Aus meinem lahnhaften Verständnis und kurzen Googeln meine ich, dass zum Beispiel allein Farbe und Zeichnung der Symbole in Großformat analytischen Studien zur ägyptischen Mythologie etc. hilfreich sein könnten.